hallo leute heute gucken wir ob wir bei einem skoda octavia rs datenblende ich euch ein das öl absaugen anwenden können also jetzt habe ich ungefähr mit der pumpe sechs liter abgesaugt ich vergleiche noch mal ein bisschen probieren ob da noch was rauskommt danach habe ich das fahrzeug an und dann schauen wir was da noch auskommen ja das ist das ergebnis meiner meinung nach lohnt es sich bei dem fahrzeug abzusaugen so ich habe jetzt eine neue scheibe also hier für die schraube reingetan und mit 25 mit angezogen die unterboden verkleidung das riesenteil wird gehalten mit den schrauben zwei von denen hier und drei von denen hier die mit loktite auch noch angezogen werden also ich bin mir ehrlich gesagt mir ist nicht bewusst warum man ja so übertreibt also das ist eine plastik unterboden verkleidung die knallt man mit solchen schrauben da an ich bin jetzt auch nicht so v ag bewandert vielleicht weiß es ja einer dann könnt ihr mir in die kommentare schreiben also meine meinung nach lohnt sich das absaugen denn wir haben jetzt hier irgendwas bis hierhin das sind circa sechs liter oder ein bisschen mehr und das was daraus kann ist das hier so ein schluck glas vielleicht jede zweite oder dritte wechsel ablassen und ansonsten absaugen weil es einfach bequemer ist deswegen ist jetzt nicht ich finde es lohnt sich nicht dafür das fahrzeug zu klettern wobei das soll natürlich jeder für sich selbst entscheiden nur manche haben diese möglichkeit halt nicht mit der hebebühne und ja da drunter kommen filter habe ich jetzt ein von male genommen oder 12 17 die da ist auch ein eine dichtung mit bei allerdings ist da nicht die unterlegscheibe für die ölablass schraube mit bei das heißt wenn ihr das öl ablassen wollt denkt an die unterlegscheibe zu besorgen ich hatte jetzt zufällig eine da habe ich jetzt von dem zeug hier reingetan also hier vier liter und einmal ein liter ich habe ehrlich gedacht dass das fünf liter sind aber ist mir jetzt auch gerade erst aufgefallen dass das vier liter sind also mit fünf liter öl habe ich jetzt den stand auf mitte etwas über der mitte der motor wurde aber noch nicht angelassen also der filter ist noch nicht voll prüfe ich gleich ob das reicht ansonsten braucht ihr eventuell sogar fünfe und halb oder sechs irgendwie sowas ja ich hoffe das video konnte dem einen oder anderen helfen viel spaß